Januar 2006, New York Die Patientin eines sehr berühmten Psychologen malt ein Gesicht, das regelmäßig in ihren Träumen erscheint. Zu mehreren Gelegenheiten hat der Mann ihr Anleitungen für ihr privates, echtes Leben gegeben. Die Frau schwört, sie hätte ihn nie im wahren Leben gesehen. Das Porträt lag, vergessen, ein paar Tage auf dem Schreibtisch des Psychologen, bis zu dem Tag, als ein anderer Patient dieses Gesicht wiedererkannte und sagt, dass der Mann ihn oft in seinen Träumen besucht. Er beteuert auch, dass er den Mann nie zuvor gesehen hat. Der Psychologe entscheidet sich, das Porträt an seinen Kollegen zu schicken, der sich auf die Träume seiner Patienten spezialisiert hat. Nach ein paar Monaten haben vier Patienten das Gesicht wiedererkannt, das regelmäßig in ihren Träumen erscheint. Alle Patienten erkannten ihn als diesen Mann. Von Januar 2006 bis heute haben mehr als 5000 Leute beteuert, dass sie diesen Mann in ihren Träumen gesehen hätten. In vielen Städten auf der ganzen Welt, wie Los Angeles, Berlin, Sao Paulo, Teheran, Peking, Rom, Barcelona, Stockholm, Paris, Neu-Delhi, Moskau und so weiter. Im Moment gibt es keine Verbindung zwischen allen Menschen, die von diesem Mann geträumt haben. Hinzuzufügen ist, dass es bis jetzt keinen einzigen Menschen gab, den man als den Mann vom Porträt wiedererkannte. Es gibt einige Theorien. Eine dieser Theorien ist die Jungstheorie. Nach Jungs psychologischer Theorie ist dieses Gesicht ein vom Unterbewusstsein entwickeltes Bild, das einen Menschen in schlechten Zeiten, wie z.B. stressigen Phasen, Todesfällen und so weiter, Ratschläge aus dem Unterbewusstsein übermittelt. Es gibt aber auch die religiöse Theorie. Nach dieser Theorie ist dieses Gesicht das Abbild Gottes. In dieser Form soll Gott sich wohl heutzutage preisgeben. Das ist der Grund, weshalb manche sagen, man sollte seine Ratschläge, die er in Träumen gibt, befolgen. Es gibt aber auch die Traumsurfer-Theorie. Das ist die interessanteste Theorie von allen, aber hat dennoch die geringste Wahrscheinlichkeit. Nach dieser Theorie ist dieser Mann ein echter Mensch, der die Träume anderer mit sehr guten psychologischen Fähigkeiten betreten kann. Manche glauben, dass der Mann in Wirklichkeit so aussieht wie im Traum. Andere jedoch, dass er in den Träumen komplett anders aussieht als in der Wirklichkeit. Manche glauben auch, dass dies ein Projekt von einer Industrie ist, um unterschwellige Botschaften oder Werbung in den Träumen zu verbreiten. Auch gibt es die Traum-Imitationstheorie. Dies ist eine psychologisch-soziale Theorie, was beweisen würde, dass ein Gerücht auf natürliche Weise verbreitet wurde. Indem der Mensch die Bilder sieht und die Geschichte, redet er, auch wenn er sie sich selbst einredet, wird er depressiv und fängt an, von diesem Mann zu träumen. Und die letzte Theorie ist die Tageszeit-Theorie. Diese Theorie besagt, dass wir uns an die Gesichter, die wir tagsüber sehen, nicht mehr erinnern können. Nur an dieses. Dadurch, dass wir dieses Bild sehen, verstärkt es sich und wir träumen häufiger von ihm. Wenn auch du schon mal von diesem Mann geträumt hast, dann geh auf den Link thisman.org und erzähle von deinen Berichten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.